Ja, wünscht euch, Dina, und Kenny. Ciao Leute, bis in 2014. Alter, wo kamst du her? Ich bin Batman. Ja, Alter, oh, oh, Alter, Alter, aus der, aus der, ooooooooooooooooohhhh Wow, nemmt ja, Halt! Nemmt 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 Was wir mal mit da noch so? Boote, wo kamst du her? Ich bin Batman. Oh, oh, Alter. Alter. Wir haben den selben Namen. Ich heiße auch Quebeck. Ich heiße auch Quebeck. Hallo, Quebec. Alle Quebecks treffen sich jetzt. Das hier ist der geile Quebeck-Treffraum. Wie scheiße ist das denn? Quebeck, komm schon mit. Komm, alle Quebecks kommen schon mit. Ich hab einen Shell dabei. Nee, du kommst da nicht rein. Du bist nicht Quebeck. Schnell, mach das Geländer auf, Quebeck. Mach das Geländer auf. Ein Quebeck ist Mörder. Ja, hallo, Peepay. Ja, du sprichst Deutsch, oder? Ja, ich auch. Hallo, hallo, tschüss. Du war ein gutes Gespräch. Die hat sich ausgesprochen und ihr weint doch nicht. Weil, ne, Lied. Kannst du gerne den Ninja Dagger benutzen. Du hast unsere Vereinbarung durchsprochen, Dena. Nein, hab ich nicht. Du hast unsere Vereinbarung durchsprochen. Warum? Weil du Leute zum Beten gezwungen hast. Nein, das hast nicht. Und ich hab's dir gesagt. Nein, er hat nicht gebetet. Du hast ihn aber dazu gezwungen, obwohl wir vereinbart haben. Es wird niemand mehr beten, Dena. Wir sind ein Turm aus einer Kiste. Oh Gott, oh. Egal, ich bin unsichtbar. Guck mal, ich hab sie hergelockt. Ja. Ja. Alter. Alter. Nein. Ich bin sogar noch auf euch gerannt. Die Kiste hier bin ich. Jetzt. Jetzt. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Mach überhaupt die weggehen. Alter. Alter. Was ist denn los mit denen? Alter, was ist denn los mit denen? Das ist nicht wahr, oder? Ist nicht schon wieder so. Alter. Alter. Warum explodierst du? Was ist denn bei... Was ist denn los mit dir? Nein, schon. Hat's ja gut. Wieso hast du das? Die Tiere sind krank. Wieso nicht? 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 Boah, wie sie da steht. So richtig arrogant, Alter. Sie so... Ach, koch ne Lava. Von ganzem Ohr. Wieso nicht? Die guck bestimmt eh nie an. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Schoko, wieso... Warte, 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 warte. Was denkst du? Was denkst du, Schoko, warte? Die letzten Worte. Geht's dir gut? Ja, schau. Ja, schau. Nein! Möchtest du wieder leben? Sag, ob sie leben möchte. Womöglich, ich liebe ein. Ah, sie hat gesagt, nein, f***er. Ich guck mir gleich die Facecam an, wie du guckst. Ich hab... Okay, du erkennst mich gut. Naja, so nicht. Doch, genau so. F*** mich doch hart in der Arsch. Das mach ich. F*** mich doch hart. Ja. Das war ich. Ha, gay. Dragoon Master. Oh man, ich hab aber Angst. Ich hab aber grad gemerkt, dass ich schön angst habe. Bitte, bitte, oi. 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 Der Drache kommt. Der Drache kommt. Drache kommt. Ja, weiter. Du hast gewonnen. Ich hab's geschaff... Ich hab's geschaff... Und dann mit den anderen Städten zusammen... Ich hab's gewusst. Da hab ich's doch gewusst. Divi-Move, Leute. Divi-Move. Was hat der mit Divi-Move am Hut? Was hat der Diktator noch mit Divi-Move am Hut? Was ist denn hier? Was ist denn hier eigentlich los? Nein, nein, er kommt nach Hause! Nein! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße. Nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Der Diktator muss gestürzt werden! Der Diktator muss gestürzt werden! Stimmt! Mein Gott! Du hörst nicht mehr! Du hörst nicht mehr! Nein, der Diktator! Nein! Oh Leute! Ich hab ihn gerade noch niedergestreckt, aber ich hab auch was abbekommen! Nein! 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 Du kommst hier wieder raus! Jörg, was machst du hier? Du bist dran! Du bist dran! So jetzt kriegst du noch eine! Jetzt reicht es! Dein Untergang, dein Untergang! Dein Untergang ist jetzt soweit, Dinger! Erstmal Friedrich lesen! Ich bin runter! Was war das denn? Jolo! Er dachte sich so... Solo! Du bist überplant! Du bist überplant! Überfordert und verplant! Überplant! Ich bin mal überplant! Bram schieß auf die Detective! Simon, diesmal kommst du mir nicht davon, du mieses Stück Scheiße! Ich weiß genau, dass du bist! Du kannst mir halt nicht schon wieder anhängen! Du kannst mir mal so was von dir her... Bram! Guck doch mal! Hast du nicht die Detective Flaps erschossen? Sieht's nicht irgendwie richtig schlecht für dich aus? Hab ich nicht! Du hast wieder erschossen! Also... Guten Tag! Willkommen zu Hero! Und willkommen... ... zur Emotionsrunde! Mit dabei ist heute der letzte Huddle! Hallo! 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 Jetzt, Hör! Schau da! Werd du mal! St illustrates oh gott diese dieser druck springen ist mein destiny ist okay ich hab's geschafft die bombe geht gleich los hau lieber ab da ich geh dann mal ich hab die noch nie benutzt die bombe endlich könnte ich mal benutzen zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins tschüss bin ich sicher auf dem nein Nein! Nicht jetzt? Nein! Ja! Komm schon, jetzt! Jetzt aber, oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Alter, wir haben es einfach mal geschafft! Wir haben die Wohnung, Jörg! Alter! Wir haben es geschafft! Ja, richtig geil! Ich hab gedacht... Er schreibt Hack! Er schreibt... Er schreibt Hack-Fraggezeichen! Wir sind zu gut einfach! Ich bin richtig böse jetzt! Ich bin richtig böse jetzt! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!